herzlich willkommen zu meinem allerersten video zu kommenden fact sheets was wir heute erwarten ist die bekanntgabe des dritten teils der fact sheets für das gewall pack das neue dlc und naja ich weiß nicht groß was ich dazu sagen soll ich bin begeistert von den bildern die ich gesehen habe und ich zeige euch einfach mal was denn da jetzt kommt und ich habe mir überlegt wie zeigt man sowas und fand das immer doof das andere das einfach nur folie ist aber im endeffekt ist es doch nichts anderes wir bekommen die lt master f 115 von göweil das ist ein stationärer bailer die auch sehr schön dargestellt wie hinten rein gekippt wird preis 240.000 euro mit 120 ps wiegt 15 tonnen ist also wohl für die ganz kleinen fahrzeuge etwas schwierig aufs feld zu bringen aber das werden wir dann sehen kann 150 ballen und 125 gewickelte ballen 20.000 liter kapazität das heißt wenn man da was rein gibt dann ist eine weile beschäftigt und kann ja froh heu gras und weiteres pressen das wird interessant was da so alles auf uns zukommt auch bezüglich das sind hackschnitzel glaube ich das wird bestimmt spaßig als zweites bekommen wir die vario master v 140 da global down dlc natürlich von göweil ja der braucht der hat 120 ps bei 260.000 und auch eine 20.000 liter kapazität ist laut webseite sind die ziemlich ähnlich von den werten nur leicht anders von der funktionsweise und hier haben wir die möglichkeit bis zu 150 cm rundballen zu pressen bei gleichem inhalt ja und dann sind wir doch mal gespannt denn am heutigen tage kriegen wir diese fact sheets und am kommenden dienstag ist es bereits soweit deswegen noch mal der kleine hinweis in eigener sache solltet ihr die da lust drauf haben und das haben wollen und nicht noch nicht den seasons passiert zu haben oder das noch nicht gekauft haben in der video beschreibung findet ihr den link um das ganze ohne mehr kosten für euch über meinen partner account zu bestellen ja ich hoffe dass wir es eventuell am heutigen abend bei mir auf dem twitch kanal deswegen auch der link unten im video schon testen können aber das weiß man halt erst wenn soweit ist insofern freuen wir uns auf das kommende dlc auch wie es funktioniert in verbindung mit mais plus der patch ist ja der patch von dienstag ist ja im vergleich zu allen anderen erfreulicherweise sehr gut gelaufen insofern und freuen wir uns wenn wir das ausprobieren können bis dann und tschüss